Jetzt die Linken, Ihr Fraktionschef, Udo Wolff. Nachdem jetzt hier so viele Sachen behauptet wurden, die gar nicht in diesem Haushaltsplan drinstehen und dieses Maß an Realitätsverweigerung von Herrn Salé und Herrn Graf jetzt nochmal dokumentiert wurde, scheint es mir angebracht, vielleicht nochmal einen etwas geschichtlichen Einstieg zu wählen in dieser Auseinandersetzung. Ja, meine Damen und Herren, die Älteren unter uns werden sich erinnern, im Jahre 2001 wurde eine Große Koalition abgewählt. Und Ihre Hinterlassenschaft, meine Damen und Herren, war der Ruf Berlins als Hauptstadt von Filz und Korruption, eine Mischung aus Provinz und Größenwahn. Und vor allem war die Hinterlassenschaft ein strukturelles Haushaltsdefizit von 2 Milliarden Euro. 2 Milliarden Euro. Also 2 Milliarden Euro, Herr Schneider, damit Sie es verstehen, mehr Ausgaben pro Jahr im Haushalt als Einnahmen. Der Berliner Bankenskandal produzierte dazu Risiken in kaum vorstellbarer Höhe. Und beides, meine Damen und Herren, war schwerwiegender, als der damals schon hohe Schuldenstand von 40 Milliarden Euro. Und damals gab es keine Niedrigzinsphase, so wie heute. Es hat lange gedauert, bis die Berliner SPD damals den Mut gefunden hat, diese für Berlin so schädliche Regierungskonstellation zu beenden. Und es hat lange gedauert, bis diese lebende Blockade gelöst wurde und die CDU auf die Strafbank zum Zuschauen verbannt wurde. Und dann hat Rot-Rot in Berlin den Laden aufräumen müssen. Das waren harte Jahre der Konsolidierungspolitik. Mit schmerzhaften Entscheidungen, manche über das vertretbare Maß hinaus. Und meine Damen und Herren, wir haben das nicht aus Spaß gemacht. Wir haben das getan, um vor dem Bundesverfassungsgericht die Anerkennung als Haushaltsnotlageland zu bekommen, damit Berlin Bundeshilfen bekommt, um aus dieser desaströsen Erbschaft der CDU-SPD-Regierung zu kommen. Und ja, meine Damen und Herren, wir haben gespart, bis es quietscht. Und das Bundesverfassungsgericht hat gespottet, das wäre noch lange nicht genug. Wir haben einen Solidarpakt mit den Beschäftigten im öffentlichen Dienst geschlossen. Die Kolleginnen und Kollegen haben durch Verzicht auf Einkommen einen Großteil dazu beigetragen, dass die Berlin die Chance auf einen ausgeglichenen Haushalt bekommen hat. Ihnen, den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, gebührt der Dank dieses Hauses und der Berlinerinnen und Berliner. Der Dank dafür, dass dieses strukturelle Defizit abgebaut werden konnte und dass wir seit einigen Jahren wieder Überschüsse im Haushalt verzeichnen können. Und ja, wir haben manche in Stalthaltungsmaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen geschoben und manches hätten wir sicher anders entschieden, wenn wir nur ein wenig mehr Spielraum gehabt hätten. Aber alles, was wir damals getan haben, alle schmerzhaften und schwierigen Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, all das hat den Zweck gehabt, wieder Gestaltungsspielraum in die Haushaltspolitik des Landes Berlin zu bekommen. Jede dieser Entscheidungen war verbunden mit dem Versprechen, und ja, Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie haben das damals auch mit versprochen, wenn wir einen ausgeglichenen Haushalt haben, wenn wir sogar wieder Überschüsse haben, dann, meine Damen und Herren, wird in die bauliche, in die soziale Infrastruktur, in den öffentlichen Dienst, kurz in die öffentliche Daseinsvorsorge investiert. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie wissen es ganz genau, gemessen an den Möglichkeiten, die wir gemeinsam durch die Konsolierungspolitik eröffnet haben, gemessen an den Überschüssen, die es seit 2011 gibt. Diese letzten vier Jahre rot-schwarze Koalition waren verlorene Jahre für die Stadt. Sie haben die Chancen, die es gegeben hat, vertan. Ich erinnere auch deshalb an diese kleine Haushaltsgeschichte, weil was wir hier vor zwei Wochen ansatzweise gehört haben, zeigt, dass es nötig ist, Erinnerungen aufzufrischen. Ich sage das zunächst mal ausdrücklich in Richtung CDU. Es ist natürlich völliger Quatsch zu behaupten, die Oppositionsvorschläge zum Nachtragshaushalt und für den kommenden Doppelhaushalt würden den Schuldenberg vergrößern oder gar verdoppeln. Mal abgesehen davon, dass Sie für diese dumme und freche Behauptung keinen Beleg liefern können, das sagen ja dann mal die Richtigen. Die Stadt in die Schuldenmisere geritten, 15 Jahre keinen einzigen Konsolidierungsvorschlag gemacht und jetzt die Überschüsse ohne Sinn und Verstand zur Beute von Koalitionskungeleien zu machen oder wahlweise wegzuschmeißen. Sie sollten sich was schämen. Und aus der SPD-Fraktion wurde beim letzten Mal der gleiche Unsinn erzählt. Lieber Rahet Saleh, Sie und Ihr Haushaltspolitischer Sprechen müssen ein bisschen aufpassen, dass Sie nicht die letzten beiden Sozialdemokraten in der Stadt bleiben, die das Rumtächtel mit der CDU eine gute Idee finden. Rot-Rot hat damals den Haushalt konsolidiert. Frau Popp hat es gesagt, die Grünen haben zumindest Vorschläge zur Konsolidierung eingebracht. Die CDU aber hatte nur Forderungen fürs Geld ausgeben. Und es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet die Konstellation, die Berlin in den Ruin getrieben hat, also eine Regierung aus CDU und SPD, nun die mühsam erwirtschafteten Überschüsse, die Früchte der Konsolidierungspolitik erntet und planlos verfrühstückt. Sie denken vielleicht, und so verstehe ich auch die ganzen Zwischenrufe von Herrn Schneider, wenn Sie im Wahljahr ein wenig mehr Kohle raushauen, kriegen hier alle Glitzersternchen in den Augen. Nein, falsch gedacht. Nicht nur Haushaltsdefizite sind Grund, um sich aufzuregen. Auch wenn Geld da, das da ist, ohne Plan und Verstand ausgegeben wird, ist es ein Grund, um schlechte Laune zu kriegen. Und nicht erst in ein paar Jahren, wenn die fehlenden Investitionen noch teurer werden, sondern jetzt schon heute. Also erzählen Sie uns nichts über seriöse Haushaltspolitik. Im Unterschied zur CDU hat meine Fraktion bewiesen, dass sie was von Haushalt versteht. Meine Damen und Herren, Berlin steht im bundesweiten Vergleich, was wirtschaftliche Entwicklung und Finanzen betrifft, gar nicht so schlecht da. Daran konnten auch zwei CDU-Wirtschaftssenatorinnen nichts ändern. Aber was die Investitionsquote betrifft, rangiert Berlin auf dem fünftletzten Platz bei den Bundesländern. Das ist schlecht. Noch schlechter sieht es aus, wenn man betrachtet, was notwendig ist. Berlin hat insgesamt einen Sanierungsstau von ca. 12 Milliarden Euro. Straßen, Brücken, Krankenhäuser, Schulen, Bäder, zu wenig qualifiziertes Personal. Und gleichzeitig hat das Land zwischen 2012 und 2015 mehr als 2,1 Milliarden Euro an Schulden am Kapitalmarkt getilgt. Mitten in einer Niedrigzinsphase. Die Zinsersparnis ist also eher gering. 2,1 Milliarden Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was hätte man mit dem schönen Geld alles machen können? Nur um an einem Beispiel die Dimensionen klarzumachen. Bei den Berliner Krankenhäusern haben wir einen akuten Investitionsbedarf, um einen Sanierungsstau aufzulösen, von ca. 640 Millionen Euro. Und Sie schmeißen die schönen Überschüsse ins Altschuldenloch, anstatt einen seriösen Plan zu erarbeiten, wie der Sanierungsstau abgebaut werden kann. Was für ein volkswirtschaftlicher Unsinn. Und als Sie gemerkt haben, dass auch bei IHK und Handwerkskammer das Unverständnis über Ihre Nicht-Investitionspolitik wächst, als Sie gemerkt haben, dass Sie mit der Nummer nicht mehr so einfach durchkommen, also Altschuldentilgung nur um der Symbolik willen zu betreiben und gleichzeitig die Stadt auf Verschleiß zu fahren, da haben Sie sich SIVA ausgedacht. Lieber Michael Müller, lieber Herr Kulatzahn, SIVA ist doch ein bisschen sehr Nussbaum, oder? Sie haben das doch gar nicht nötig. Ein Investitionssondervermögen, das nur dann wirklich funktionieren kann, wenn man die Einnahmeseite im Haushalt niedriger rechnet, als sie zu erwarten ist. Weil nur so landet ja Geld in SIVA, wo dann nach Kassenlage, Geschwindigkeit einzelner Bezirke, bei der Anmeldung und nach Zufallsgenerator investiert wird und automatisch die andere Hälfte der Überschüsse wieder im Altschuldenloch verschwindet. Sie behaupten hier heute, 500 Millionen Euro würden über diesen Weg investiert. Ja, von wegen. Nicht mal 10 Prozent dieser Summe haben Sie bisher investiert über diesen Weg. Und wie Klaus Lovereit damals schon gesagt hat, als diese Debatte begonnen hat, das ist ein Altschuldentilgungsfonds. Mit nachhaltiger Investitionspolitik für die wachsende Stadt hat das nichts zu tun. Wir haben ja gar nichts dagegen, wenn tatsächlich nicht geplante, weil nicht planbare Überschüsse so ausgegeben werden und dabei auch, wenn es reicht, getilgt werden kann. Aber planbare Einnahmen und Minderausgaben gehören ordentlich in den Haushalt, und dann muss der Haushaltsgesetzgeber Prioritäten setzen, was mit begrenzten, aber nicht wenigen Mitteln erledigt werden muss. Meine Damen und Herren, ein echtes Sanierungsprogramm für die öffentlichen Gebäude, insbesondere für die Schulen dieser Stadt. Das wäre nicht nur ein Beitrag zur energetischen Sanierung und damit zum Klimaschutz geworden, sondern außerdem ein Konjunkturprogramm gewesen, das neue Arbeitsplätze und damit auch neue Steuereinnahmen für die Stadt generiert hätte. Aber bislang kein Plan, keine Idee, nur die Anbetung ihres Götzensiever. Ein Plan für die Sanierung der Krankenhäuser, was wir bisher kennen, ist nicht mal genug für den Substanzerhalt. Eine vernünftige Eigenkapitalerhöhung für die landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, damit die endlich ihrer sozialen Verpflichtung nachkommen können. Herr Saleh hat behauptet, die würde jetzt kommen. In diesem Doppelhaushalt steht nichts drin. Das haben Sie für die Zeit, wenn Sie längst nicht mehr regieren, mit dieser Koalition in den Haushalt versprochen. Und zusammen mit einer vernünftigen sozialen Mietenpolitik würde so eine Eigenkapitalerhöhung Sinn machen, als diese ewige Publikumsbeschimpfung, wenn Bürgerinnen und Bürger fragen, berechtigte Fragen zu teuren Neubauvorhaben stellen. Ein echtes Stadtwerk und kein Bonsai-Stadtwerk, das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wäre möglich gewesen. Herr Buchholz, schade drum, ne? Auch diese Chance, vertan. Ein Straßen- und Brückensanierungsprogramm, das auf die wachsende Stadt ausgerichtet ist. Ein Programm, das auch auf sich verändernde Bedürfnisse der Berlinerinnen und Berliner eingeht. Ich sage nur Radwege. Ein Personalentwicklungskonzept für den öffentlichen Dienst, das den Namen verdient. Eine Angleichung der Besoldung im öffentlichen Dienst an den Bundesdurchschnitt. Ein Wahlversprechen der CDU, wenn ich mich recht erinnere. Das, was Sie hier machen, da dauert die Angleichung noch mindestens zwölf Jahre. Das wäre im 2027. Und das ist noch freundlich gerechnet. Herr Melzer, ich habe Ihnen die kleinen historischen Ausflug gemacht, damit auch Sie verstehen, was 2001 Sie uns hinterlassen haben und was zehn Jahre lang aufgeräumt wurde. Und jetzt sind die Überschüsse da. Jetzt könnte man handeln und Sie vergeuden das schöne Geld. Was Sie machen, ist nicht viel mehr als Propaganda. Sie reden ja neuerdings gerne über Personalaufbau. Eben gerade schon wieder. In Wahrheit täuschen Sie darüber hinweg, dass in den vergangenen fünf Jahren, gemessen am Bevölkerungswachstum, weiter Personalabbau stattgefunden hat. 2011 gab es noch 31,6 Beschäftige im öffentlichen Dienst pro 1.000 Einwohner. Nach Ihrem Haushaltsplan sollen es nur noch 29,7 pro 1.000 Einwohner sein. Unsere Forderung, dass die Zielzahl von 100.000 Vollzeitequivalenten im öffentlichen Dienst so schnell wie möglich aufgegeben werden muss, ist ja jetzt endlich nach drei Jahren so etwas wie Allgemeingut geworden, zumindest was es die Hauptverwaltung betrifft. Und Sie fangen auch zögerlich an, bei unserem Personalentwicklungskonzept abzuschreiben. Da haben wir auch gar nichts dagegen. Es kommt nur zwei bis drei Jahre zu spät. Und wenn Sie schon abschreiben, dann machen Sie es völlig doch richtig. Aber an den Beispielen Polizei und Bezirke wird ja deutlich, dass Sie im Zweifel doch lieber wieder tricksen, schachern, alles Mögliche tun, aber bloß nicht weiterdenken, als Ihre haushaltspolitischen Sprecher ein Klavier werfen können. Also nehmen wir mal das Beispiel Polizei. Nehmen wir mal das Beispiel Polizei. Sie feiern sich ab, dass Sie mehr Polizisten einstellen. Übrigens jetzt schon das zweite Mal. Also das hatten Sie beim letzten Doppelhaushalt auch schon probiert, die Nummer. Gleichzeitig lösen Sie die Einsparvorgaben nicht auf. Der vollzugsnahe Dienst wird weiter abgebaut. Die neuen Polizisten müssen dann, statt auf der Straße für Sicherheit zu sorgen, die Aufgaben des vollzugsnahen Dienstes erfüllen. Also mehr Polizisten beim unterbesetzten Wachschutz oder im Büro, aber nicht bei der Kriminalitätsbekämpfung. Das nenne ich sicherheitspolitische Kompetenz, Herr Graf. Beispiel Bezirke. Seit Jahren weisen wir auf den Personalmangel in den Bezirken hin. Insbesondere beim Thema Bürgerämter ist inzwischen jede Berlinerin und jeder Berliner schwer genervt. Sie haben kleckerweise nach jedem dritten Zeitungsbericht noch mal ein Almosen an die Bezirke gegeben. Jetzt aktuell noch mal ganze 36 Stellen. Die Zielvereinbarungen mit den Bezirken zum Personalabbau bleiben aber bestehen. Meine Damen und Herren, seriöse Personalpolitik sieht anders aus. Und weil die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und der DGB diese Tricksereien auch sehen, kritisieren Sie das auch völlig zu Recht. Herr Henkel, anstatt Ihren pampigen Herrn Krömer von der Leine zu lassen, hätten Sie einfach als Personalverantwortlicher im Senat Ihre Arbeit machen sollen. Machen Sie sich endlich beim Personal und in diesem Haushalt ehrlich. Meine Damen und Herren, dass diese Koalition einfach nicht regierungsfähig ist, beweist Sie seit Monaten bei der Flüchtlingspolitik. Was, bitte, ist so schwer daran, ein vernünftiges Konzept, einen nachvollziehbaren Plan nicht nur zur Erstaufnahme von Flüchtlingen, sondern auch zur nachhaltigen Unterbringung zur medizinischen Versorgung für den Kita- und den Schulbesuch auf den Tisch zu legen. Es ist doch keine Zauberei, die Immobilien und Flächen zu prüfen, egal ob in Landes-, Bundes- oder Privatbesitz, die leer stehen. Es muss doch rauszukriegen sein, mit welchem finanziellen Aufwand und welcher zeitlichen Perspektive diese Immobilien oder Flächen als vernünftige Unterkunft zu ertüchtigen sind, und zwar mit vernünftigen Sanitäranlagen und Standards. Wir bekommen jede Woche Hinweise aus den Bezirken, aus der Bevölkerung, wo Objekte leer stehen. Wir haben Sie seit geraumer Zeit gefragt, was mit dem Haus der Statistik ist. Das steht seit 2008 leer. Es gibt einen Vorschlag von Künstlerinnen und Künstlern, dort Flüchtlingsunterkünfte und Künstlerateliers einzurichten. Was ist damit? Was ist mit dem Gebäude des Bundesministeriums in Moabit? Was ist mit den leer stehenden Büroflächen? Was ist mit den illegalen Ferienwohnungen? Und, und, und. Was ist mit der medizinischen Versorgung? Wann kommt endlich die Gesundheitskarte? Und vor allem, wann kommt sie bei den Flüchtlingen an? Wann gibt es endlich einen Plan für ausreichend Personal im LAGESO? Für all das muss auch haushalterisch Vorsorge getroffen werden. Der Bund macht sich ja weitgehend einen schlanken Fuß. Was machen Sie? Sie spielen dieses Trauerspiel der gegenseitigen eifersüchtigen Blockade, der Strategie und Konzeptionslosigkeit. Sie lassen keine Demonstration von Überforderung aus, selbst in der noch allerkleinsten Abstimmung untereinander. Das LAGESO, das organisatorische Chaos, haben es zu weltweiter Berühmtheit gebracht. Längst hat das LAGESO den BER abgelöst als Synonym für Berliner Pleiten. Und um das deutlich zu sagen, das liegt am wenigsten an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sind zu wenige, die sinnlose Verfahrensregelungen an einem ungeeigneten Standort irgendwie handeln müssen. Und dieser Senat lässt die Leute im Stich. Die Hausspitze, der zuständige Senator, hat zwei Jahre gepennt. Dann ist er von seinem Innensenator in der Personalfrage hängen gelassen worden. Die vielen Freiwilligen, die zusätzlichen Freiwilligen Pensionäre sind durch bürokratische Hürden und geradezu aufreizend lange Verfahrenswege nicht an die Stellen gekommen, wo sie gebraucht wurden. Herr Müller, wir haben zum Ende der Sommerpause darüber geredet, man machten so einen Aufruf für die Pensionäre, um sich freiwillig zu melden. Heute, vier Monate später, kommt eine gesetzliche Grundlage dafür, dass man das auch organisatorisch hinkriegen kann. Das ist doch ein Possenspiel. Und dann stellt sich Ihr Senator für Dienstreisen, Sitzungsschwänzen und Sportzugucken hin und sagt, der Herr Czaja ist fleißig und macht seine Arbeit. Ganz toll. Machen Sie sich doch bitte nicht lächerlich hier. Meine Damen und Herren, es fehlt mir die Vorstellungskraft, um mir auszumalen, wie die Situation der Flüchtlinge wäre, gäbe es die vielen aufopferungsvollen Ehrenamtlichen nicht. Ihnen kann man gar nicht genug danken. Und ich würde mir wünschen, Herr Czaja und dieser Senat würden sich einmal bei den Flüchtlingen dafür entschuldigen, was ihnen hier in Berlin zugemutet wird. Wer die Situation vor dem Lageso in den Massennotunterkünften kennt, kann die Geduld der Geflüchteten nur bewundern. Es ist ein kleines Wunder, dass es bisher nur selten zu Problemen mit Gewalt gekommen ist. Geduld brauchen ja offensichtlich auch die Betreiber der Unterkünfte, wie wir vor wenigen Tagen gehört haben. Bei denen hat der Senat inzwischen Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe. Was hat sich eigentlich nach der Regierungserklärung nach Ihrer Ruckrede, Herr Regierender Bürgermeister, getan? Ich kann keine großen Fortschritte erkennen. Jetzt, nach einem Jahr, vier Wochen nach der Ruckrede, stellen Sie fest, dass Herr Allert das Problem ist. Das nennt man dann wohl ein klassisches Bauernopfer. Womit, bitte Herr Müller, womit hat Herr Czaja denn ihr Vertrauen zurückgewonnen? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn jetzt, also startet er jetzt durch? Also was ist jetzt eigentlich mit der Konsequenz aus dieser Ruckrede? Passiert da jetzt irgendwas? Gibt es jetzt einen Plan? Wer, meine Damen und Herren, arbeitet im Senat, also dort, wo die politische Verantwortung liegt, wer arbeitet im Senat an einem nachvollziehbaren, nachhaltigen Plan, um die Flüchtlingsunterbringung endlich auf die Reihe zu kriegen? Mal abgesehen davon, dass ein solcher Plan den Geflüchteten endlich eine Perspektive aus dem Leid geben würde. Ein vernünftiger Plan könnte zu einem vernünftigen Einsatz von Ressourcen führen. Das, was jetzt passiert, ist nur Stückwerk und vermutlich am Ende viel, viel teurer, als wenn man es gleich vernünftig und richtig macht. Jetzt wollen Sie ein neues Landesamt für Flüchtlinge gründen. Das war eigentlich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, das Allert-Umgehungsamt. Braucht man das jetzt eigentlich noch? Da gilt es ja wieder frei nach Goethe. Wenn die Begriffe fehlen, stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein. Wo, liebe Kolleginnen und Kollegen, soll es hin, das neue Landesamt? Gibt es dafür mehr und neues Personal? Was soll das kosten? Oder machen Sie das haushaltsneutral und schrauben nur ein neues Schild an die Tür? Und jetzt zanken Sie sich auch noch darüber, ob das zum Februar, zum März oder zum Juli oder überhaupt nicht passiert. Man steht nur noch fassungslos daneben. Wann machen Sie da endlich Ihre Arbeit, anstatt alle zwei Wochen eine neue Sau durchs Dorf zu jagen? Jetzt hatten wir letzte Woche diesen windigen Versuch, ohne Nachweis der Notwendigkeit, das Tempelhof-Gesetz zu ändern. Mit Dringlichkeit. Jetzt ist den Koalitionsfraktionen nichts mehr dringlich. Da werden dann mal gemeinsam Bausenator und Regierende vorgeführt. Nicht, dass ich die Einsicht kritisieren will, dass dieser gefährliche Unsinn mit dem Tempelhof-Gesetz gestoppt werden muss. Aber diese Nummer zeigt eins ganz deutlich. Diese Koalition ist in jeder wichtigen Frage blockiert. Es gibt keine Frage, in der Sie sich noch einig wären. Es gibt nur noch Formelkompromisse und windigen Koalitionsschacher. Meine Damen und Herren, ein nachvollziehbares Investitions- und Konjunkturprogramm, ein Personalentwicklungskonzept für den öffentlichen Dienst, das zusammen, um einen längerfristigen Plan zur Auflösung des Sanierungsstaus zu entwickeln, die wachsende Stadt nicht als propagandistische Floskel, sondern als gestalterische Aufgabe zu begreifen. Denn Wohnen muss bezahlbar und menschenwürdig sein, auch für Menschen mit geringem Einkommen für Studenten, Rentner, Transferleistungsbezieher und Flüchtlinge. Das waren die Aufgaben, die vernünftig in diesem Haushalt abzubilden wären, da Vorsorge zu treffen. Ein Masterplan für Investitionen über den Horizont dieses Doppelhaushaltes hinaus aufzuzeigen, das alles haben Sie nicht geleistet. Sie sind mit der ihnen eigenen Chuzpe mit Anlauf unter der Messlatte durchgetaucht. Eine alte Tradition von CDU und SPD-Regierung haben Sie stattdessen wieder aufleben lassen, die nächtliche Ausschüttungsrunde zum Ende der Haushaltsberatung. Das funktioniert nicht nach dem Prinzip was braucht die Stadt, das funktioniert nach dem Prinzip welche Trophäe darf welcher Koalitionspartner nach Hause tragen. Herr Salé, Herr Graf, dass man da den Quatsch auch noch quetscher machen kann, ist schon eine besondere Leistung. Die Berliner SPD macht eine Umfrage zu ihrem Wahlprogramm und fragt unter anderem auch zur Kita-Gebührenfreiheit. Zwei Drittel der Befragten sagen, so wie im Übrigen auch alle, die was davon verstehen und die übrigens auch die Kita-Tabelle richtig rechnen können, wie zum Beispiel das Kita-Bündnis, selbst die zuständige Senatorin weiß es, es gibt im Moment viel wichtigere Probleme in der Kita als das. Zum Beispiel es fehlen Plätze, es müsste dringend in Qualität investiert werden, man bräuchte nicht nur einen besseren Betreuungsschlüssel, nein, auch die Leiterinnen müssten freigestellt werden, aber Herr Salé und Herr Schneider und der unvermeidliche Herr Buschkowski aus dem Off meinen, das macht sich gut im Wahlkampf. Das Geld, was in der Ausschüttungsrunde sinnvollerweise in die Verbesserung des Betreuungsschlüssels gehen soll, wird durch die Gebührenfreiheit auf der anderen Seite dem System gleich wieder entzogen. Dafür bekommt die Union dieses ominöse Sicherheitspaket geschenkt, das just in dem Moment, als der Innensenator erklärt, dass es keine Änderung der Sicherheitslage in Deutschland gibt. Herr Kraft, Sie müssen sich einfach mal sicher machen in der Frage, was Sicherheitspolitik so ist in dieser Stadt, wie das funktioniert. Fragen Sie nicht Ihren Senator, der hat da nicht so viel Ahnung von. Dass das pure Symbolik ist, was Sie mit diesem Sicherheitspolitik da gemacht haben, wurde im Hauptausschuss dann endgültig bestätigt. Keiner der Koalitionäre konnte Auskunft geben, was eigentlich drin ist in diesem Sicherheitspaket. Mann, 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 Ihnen ist auch echt nichts mehr peinlich. Meine Damen und Herren, Ihr Haushalt ist ein Haushalt der verpassten Chancen. Was Sie heute hier verabschieden wollen, hat immer noch keine strategische Linie, kein Konzept. Sie sind angetreten damals als die große Infrastrukturkoalition. Die einzige Begründung für Ihre Regierungsbildung war das Bekenntnis zu Großprojekten. Als Beispiel dieses unsinnige Stück A100. Der BER ist immer noch nicht fertig. Die Staatsoperkrise ist dazugekommen. Das wollten Sie mit einer vollständig albernen Olympia-Bewerbung aus den Augen aus dem Sinn kriegen. Zum Glück ist dieser Kelch an uns vorübergegangen. Nicht nur, dass das die größte öffentliche Geldverbringung seit dem Bankenskandal gewohren wäre, Sie hätten es auch organisatorisch verbockt. Mit Blick auf die Situation vor dem Lageso. Welcher verrückte Teufel hat Sie eigentlich geritten, dass sich die Organisation Olympischer Spiele in Berlin zugetraut hätten? Meine Damen und Herren, gemessen am eigenen Anspruch, die große Koalition könne große Projekte und große Herausforderungen stemmen, haben Sie nicht allzu viel hinbekommen. Dieser Haushalt leistet keinen signifikanten Beitrag, den Sanierungsstau aufzulösen. Er löst in keiner Weise das Personalproblem im öffentlichen Dienst. Es gibt keine Antwort auf die Herausforderungen der wachsenden Stadt. Dieser Haushalt ist der brüchige Kitt, der eine Koalition zusammenhält, die politisch längst mausetot ist. Sie haben im Hauptausschuss unsere Anträge abgelehnt. Wir werden Ihren Haushalt ablehnen. Er wird ohnehin die Koalitionsverhandlungen 2016 nicht überleben. Dankeschön.